Na ihr Lieben, herzlich willkommen hier in bunten Deutschland. Haha, wir haben heute noch gar nicht gelacht. Dann wird es langsam Zeit. Schaut mal, was da steht. Abgeschubener Vergewaltiger wird wiederkommen. Ich habe heute Morgen darüber schon berichtet, wer denn alles in dem Flugzeug saß und was die alles so verbrochen haben. Hier werden wir jetzt erstmal gucken, was genau dieser Typ verbrochen hat, der auf jeden Fall wieder zurückkommt, nachdem er natürlich erstmal einen schönen Urlaub gemacht hat. In den sozialen Medien nennt er sich Mr. Cash Money und wirft mit Geldscheinen um sich. Eine Sache vorweg. Ihr Lieben, ihr wisst ja, 1000 Euro gab es vom Staat, gratis dazu, mit Urlaubsflieger. Aber habt ihr euch mal überlegt, wie viel sind denn eigentlich 1000 Euro wert in Afghanistan? In Afghanistan ist ein Jahresgehalt, also insgesamt, was man im Jahr verdient, 286 Euro 492 Cent. Jetzt überlegt mal, was unser Vergewaltiger für ein tolles Leben da drüben führt, bevor er wieder nach Deutschland kommt. Lovely. Einer von ihnen, ich kann den Namen nicht mal aussprechen, hier, für die Leute, die es können, hatte Ende Oktober 2019 mit drei weiteren Tätern in einer Flüchtlingsunterkunft in Iller-Kirchberg, ähm, Donaukreis, eine damals 14-Jährige über mehrere Stunden vergewaltigt, wie es hieß. Das Mädchen sei zuvor unter Alkohol- und Drogeneinfluss gesetzt worden. Der heute 31 Jahre alte N hatte seine Haftstrafe schon abgesessen und wurde von der Polizei zur Abschiebung festgenommen. Ja, aber wie wir jetzt wissen, wird er wiederkommen. Und hier steht's. Straftäter wird wiederkommen. Und denn, liebe, gute, nette Anwalt hier, von den Herren innen, hat anscheinend gar kein Schamgefühl. Ihr müsst euch das hier einfach mal geben. Sein Mandant werde in zwei Monaten Vater. Schlimm genug. Wie der Anwalt berichtete, Keyes kritisiert die Abschiebung seines Mandanten scharf. In der Stuttgarter Zeitung nannte er sie eine Unmenschlichkeit. Der 31-Jährige lebt in einer Beziehung, werde im Oktober Vater. Das Kind wird die deutsche Staatseingeräuchigkeit haben. Herzlichen Glückwunsch. Von NG keine Gefahr mehr aus. Wo der Sinn ist, eine junge Familie auseinanderzureißen, bedarf es schon der Erklärung. Lieber guter Anwalt, frag doch mal die 14-Jährige, die über Stunden vergewaltigt unter Drogen und Alkohol gesetzt wurde. Wie unmenschlich das für dieses junge Mädchen war, was ihr ganzes Leben damit zu kämpfen haben wird. Ist das nicht schön? Findet ihr das gerecht? Was sagt ihr zu der Aussage von dem Anwalt hier? Ich finde, das ist krass, oder? Also Anwalt... Buh, sage ich nur. Ich möchte bitte jetzt einmal ein Buh haben für den Anwalt. Dankeschön. Abschiebung ist unmenschlich. Mittels Visum und Auseinandersetzung mit den Behörden soll es gelingen, dass N wieder nach Deutschland einreise. So käse. Wenn er die Taliban überlebt. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Das überlasse ich euch in den Kommentaren. Sagte der... Sagte er der Augsburger allgemein weiter. Ja. Ist das krass, oder ist das krass? Und... Ich möchte auf einen Kommentar eingehen. Und zwar schrieb einer, das ist ganz komisch, dass ganz viele Messerattacken jetzt auf einmal passieren. Das kann gar nicht sein. Und das muss irgendwie... Da ist irgendwas faul. Ja, ähm... Ich möchte auf dieses Kommentar gerne antworten. Es ist schwer zu ertragen, wenn man die Wahrheit endlich mal sieht. Und dazu möchte ich auch sagen, dass Messerattacken und Messerangriffe generell noch gar nicht so lange erfasst werden. Also, ich möchte gar nicht wissen, was seit 2015 bis zum heutigen Tage noch alles passiert ist, von dem wir alles gar nichts wissen. Ne? Like und abonniere nicht vergessen, ihr Lieben. Ich gönne mir jetzt ein schönes Bierchen. Und genieße den Abend. Und das solltet ihr auch tun. Nachdem ihr geliked und abonniert habt. Tschüss ihr Lieben. Bis morgen.